Musik Jetzt nicht mehr Paz, Junge Boah, Junge Alter Wieso schlägt denn das jetzt hier? Oh, Junge Was denn jetzt? Was denn? Uuuuh Boah, das ist der verkehrte Weg, oder was? So, was machen wir jetzt hier? Jetzt Langsam gehen, oder was? Hier wird er einfach nicht einfach nicht rennen Gecheckt Okay, let's go Junge, was ist mit dir? Junge, der ist aber optimistisch, hier was zu verdicken Wie ist hier der Bossfight, oder was? Überhebe ich dir das Match Wie versprochen Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit Seines Freundes Ramon Äh Zack, Junge Erlauben Sie mir Ihnen Die Macht wird zeigen Die Macht wird zeigen Die Macht, die dort ist Es wird zeigen Für die Finale nach Boah Guck dir das an Hammer Round one Volk Oh, der macht ja hier hin und her Oh, Junge, was ist das? Alter, der macht ja hier hin und her Scheiße Im alten Da war der Fixern in der Stelle Was jetzt? Alter Alter, das war ein One-Hit-Killer, Mann Scheiße Junge, warum ist denn der so klein und wendig, Alter? Da lauert eine Scheiße, Alter Wie heißt zum Beispiel das, was alle nach dem Essen In einem griechischen Restaurant umsonst bekommen? Durchfall Am Renne Patz Okay Was macht denn der Klau? Jung So ein räudiger Kampf Obwohl auch ein One-Hit-Killer Ey Das kann doch nicht wahr sein Boah, hab ich der auf den Keks, du? So Jetzt versuchen wir es nochmal, ja Ja Ich übergebe dich auch gleich, du Round 3 Fight Oh, ey Ey, der macht mich fertig, der Wichser, ey Junge, der mich auf den Sack, Alter Zack Zack Jawohl, du Wichser, Alter Assi Assi Junge So ein Blindfisch, du Was Lippenrusch Junge Was soll ich denn mit Lippenrusch Ja Junge Das war ein Kampf, Alter Hä Ashley Ich darf keine Zeit verlieren Oh, Junge Klauze Wo wollen sie mit dir hin? Mist Suchst du was? Okay Du siehst aus, als hättest du was zu sagen Ich habe eine Frage Jetzt kommt's Aber wirst du sie auch beantworten? Oh, dann stell sie doch, du Honk, Alter Raccoon City Dieser Vorfall, er hat Alles verändert Man rettet einen und hundert andere sterben Ich habe mich verändert Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert Das bildest du dir bloß ein Oh, so Die Frage ist, hast du Dich verändert Ada Oder benutzt du mich nur wieder? Oh, benutze mich Was denkst du? Oh, sie hat mich einfach benutzt 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 Hau auf, ihr Wir sehen uns Immer das gleiche Ashley Da bist du Das ist, was ich derzeit habe Also nischt Sagst du doch gleich Mann, Mann, Mann Oh, der Maul Ach, du hast überhaupt nischt Oh, Junge Ja Ah Ja Ja Das wird laut Was will er? Junge, du sahst auch finster aus. Blödes Arschloch, das. Wo geht's hin? Ein Raketenwerfer? Halten Sie Ashley hier fest? Mal, ich hör doch hier was. Ach hier. Alter, ich bin aber auch so kernbehindert. Ich hab's noch piepen gehört, ich blödmann. Junge, was ist denn mal hier los? Alter, ist nicht euer Ernst. Naja, jetzt lass ich jetzt mal so stehen. Sag ich nisch zu. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf? Können wir nochmal separat drüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Was ist jetzt los? Das ist der Kuhkopf-Fetischist, Alter. Zack, Junge. Okay. 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 Ich brauche eine Karte. Okay. Oh, ey, Junge. Na, komm mal, du Trottel. Oh, wo wäre die jetzt hin? Nicht schlecht, ne? Jaaa, na klar. Das ist doch alles ja kein Ding. Ah, sie. Jaja, Jetta, Jetta, der Maul, Alter. Junge, das gefällt mich überhaupt nicht, Alter. Ist immer das für eine räudige Drecksbude hier. Was? Junge. Blöder Assi, Alter. Warte. Was macht denn der hier drinnen? Ja, ich tue mich jetzt ein bisschen rösten, willst du? Ich habe gerade eine Line mit einem Typen auf dem Klo gezogen und ich werde die ihr findet nicht raus betreiben. Oh, der kostet 64. Warte. Na, warte, Mann. Warte. Ne? Wir brauchen doch keine Waffe, mein Freund. Ich brauche den scheiß Koffer. Naja. Hm. Ja. Gut. Junge, das sieht alles hier so einladend aus. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Oh, Junge. Alter, das ist schon krank, Alter. Das ist richtig geil. Hör ich das mal an. Oh, das ist aber geil, dass die die Geräusche... Das klingt ja fast wie das Original, Mann. Power. Was für Experimente veranstalten die hier? Da. Scheiße, was bist denn du? Oh, Junge. Oh, Junge. Geht aufs Haus. Shit. Shit. Alter, den muss man doch irgendwie dortkriegen. Was macht denn der klar? Boah, hab ich der auf den Keks, du? Oh, benutze mich. Alter, ich bin aber auch so kernbehindert.